Barfusslaufen ist eine ziemlich einfache Angelegenheit. Man zieht sich die Schuhe aus und läuft los oder man zieht schon gar keine Schuhe an. Als ich mir Gedanken gemacht habe über eine Anleitung für Anfänger, für Barfussanfänger, da habe ich mir dann schon auch gedacht, braucht es denn das eigentlich, weil es ja so einfach ist? Aber auch beim Barfusslaufen heisst es doch, aller Anfang ist schwer. Und darum jetzt diese Barfussanleitung für Anfänger. Das aller, aller wichtigste beim Barfusslaufen ist, sich wohlzufühlen. Es soll Spass machen. Es ist nicht notwendig, sich selber oder auch anderen Leuten etwas beweisen zu müssen. Also, ja, sei einfach du, lauf Barfuss, weil es dir Spass macht. Zuerst einmal lass es langsam angehen. Wie alles braucht auch das Barfusslaufen Übung. Die Fusssohlen, welche in deinem ganzen Leben immer in Schuhen gesteckt haben, die sind fürs Barfusslaufen noch nicht ausgebildet. Die Fusssohle ist noch verletzlich und wird sich erst mit der Zeit, wenn du regelmässig barfuss läufst, besser ausgebildet. Die Fusssohle muss also auch etwas abgehärtet werden. Das gilt auch für jene Barfusser, welche zum Beispiel den Winter hindurch eine Pause einlegen. Wenn man dann nicht mehr barfuss läuft, dann geht die Ledersohle oder die Hornhaut einfach zurück und anfangs im Frühling, da dauert es dann halt wieder etwas, bis man längere Touren machen kann. Nutze anfangs also einfach diese angenehmen Untergründe, wie zum Beispiel Fussballplätze, Wiesen, angenehme Strassen und Trottoirs oder auch Sandwege oder Waldböden. Das ist der perfekte Untergrund, um mit dem Barfusslaufen so richtig zu beginnen. Wenn man etwas googelt im Internet, nach Barfusslaufen und auch in YouTube findet man viele Videos zu diesem Thema, wie geht man denn barfuss richtig? Ja, da gibt es so Anleitungen, die sagen dir, dass du nicht mit dem Fersen auftreten sollst, sondern dass du mit dem Mittelfuss oder dem Vorfuss auftreten musst, also so der Vorlaufstil oder wie man das Ganze nennt, keine Ahnung. Das Gewicht liegt also nicht auf der Ferse beim Auftreten, sondern auf dem Vorfuss und dem Mittelfuss. Damit erzielt man eine gute und notwendige Fedewirkung. Wenn man barfuss mit der Ferse abrollt, dann wirkt sich das eher negativ auf die Gelenke und den Rücken aus. Aber es ist kein Zwang, es ist kein Müssen. Du musst nicht unbedingt einen neuen Laufstil lernen. Beim Barfusslaufen kommt man von alleine automatisch auf diesen Vorfuss-Mittelfuss-Laufstil. Das dauert einfach etwas. Also man muss da nicht bewusst jetzt genau diesen Laufstil, diesen Barfuss-Laufstil lernen. Vergiss das einfach wieder. Wenn du mit Barfusslaufen anfängst, mach es so, wie es für dich stimmt, wie es für dich am besten geht. Das ist schon okay. Also setze dir da keinen Zwang, dass du da jetzt unbedingt richtig Barfuss gehen musst. Das ist nicht notwendig. Notwendig ist aber, dass du schaust, wohin du gehst, wohin du läufst vor allem, wohin du stehst. Ja, auf dem Boden, da kann es ja immer mal was haben, das nicht dorthin gehört. Zum Beispiel ein Glassplitter oder Hundescheisse. Ja, das hat es halt einfach, ob wir wollen oder nicht. Die Menschen, die sind halt, wie soll man sagen, die sind nicht perfekt. Und es gibt Leute, die sind noch etwas weniger perfekt und die lassen dann halt solches Zeug einfach liegen. Das kommt aber eher selten vor, vor allem hier in der Schweiz. Vor allem, wenn du nicht in Städten wohnst, sondern auf dem Land oder so, dann ist das vielfach weniger ein Problem. Wenn du in der Natur unterwegs bist, dann kannst du natürlich haben, dass da auch mal etwas Stornen, äh, Dornen, gestrübt heisst das, rumliegt, Stackeln oder auch mal scharfe Steine auf dem Boden liegen. Und dann ist es sicher angenehm, wenn man, äh, da den Blick auf den Boden hat und nicht gerade auf, äh, dieses Dornengestrüb raufsteht. Äh, Schnecken und Käfer, ja, das kann es ja auch haben. Das kann auch den Weg kreuzen, den man geht, ähm, auf eine Schnecke zu stehen. Das ist ziemlich unangenehm. Da habe ich eine eigene Erfahrung davon. Käfer, ja, das merkt man eigentlich nicht gross. Wenn es ein grösserer Käfer ist, dann macht es vielleicht so ein Knackgeräusch. Aber oftmals überlebt der Käfer sogar, weil, ähm, unser Fuss ist ja nicht ein Betonklotz, sondern er ist ja weich. Und, ähm, daher, ähm, ist die Überlebensrate für den Käfer oder auch die Ameise zum Beispiel relativ gross. Aber beim Barfusslaufen ist es ratsam, den Blick doch dorthin zu lenken, wohin man dann auch stehen muss. In der Regel macht man das übrigens automatisch. Ähm, bei Schuhen macht man das weniger. Aber beim Barfusslaufen ist das wirklich fast ein Automatismus. Ähm, also, eigentlich kein Problem. Etwas, das man beim Barfusslaufen und beim genauen Hinschauen nicht sieht, das ist die Hitze. Ja, im Sommer zum Beispiel, da kann sich ein Trottoir oder eine Strasse, wenn sie direkt, ähm, der Sonne ausgesetzt ist, sehr stark aufheizen. Wenn man dann da raufsteht, dann, äh, sind also Verbrennungen durchaus möglich. Heisser Asphalt oder fast glühend heisser Gullideckel, ja, die sind schon etwas unangenehm. Da muss man also überlegen, ähm, wo laufe ich am besten durch. Oftmals ist, äh, die eine Seite der Strasse, die ist der Sonne ausgesetzt und die andere Seite der Strasse, die liegt im Schatten, ähm, geschützt von der Häuserflucht und dann geht man dann halt einfach, einfach dem Schatten entlang. Im Winter, ja, da sind die Böden halt dann kalt, besonders bei Schnee und Eis, da könnte es dann auch zu Erfrierungen kommen, ähm, vor allem auch tiefe Minusgrade, die können zu Erfrierungen führen. Im Gegensatz zur Hitze merkt man bei Erfrierungen das Problem aber teils erst, wenn es zu spät ist, ja, ähm, die Zähen oder so, die werden taub, man denkt sich, ja, na, das kommt schon wieder, aber, das, äh, kommt dann vielleicht doch nicht wieder und dann hat man ein Problem. Kälte kann also etwas heimtückisch sein, da muss man dann halt einfach etwas aufpassen. Nochmals auf den Sommer zurückkommen ist, ähm, natürlich noch etwas zu erwähnen, wenn die Sonne scheint, dann, äh, entsteht da ja auch UV-Strahlung, ein grosser Teil wird durch unsere Atmosphäre, ähm, ja, zunichte gemacht, Nacht, aber ein Teil dringt auch durch und UV-Strahlung führt zu Sonnenbrand und, ähm, wenn du also draussen im Sommer unterwegs bist und du dich eincremen möchtest, dann creme dich nicht nur, ähm, mit Sonnenschutzmitteln an den Armen und Beinen ein, sondern denke auch an die Füsse, vor allem der Fussriss, ja, der sollte doch auch etwas geschützt werden, dort ist die Haut auch besonders empfindlich. Generell, wenn du barfuss läufst, dann ist auch die Pflege der Füsse ein Thema, ähm, durch das Barfusslaufen werden, ähm, die Füsse, also ich sage jetzt mal, die Aussenhaut wird intensiver belastet, dann braucht es auch etwas mehr Pflege, achte also darauf und nimm dir die Zeit dazu, und noch ein paar Worte zu Schmerzen, ähm, es gibt Barfussläufer oder Barfussanfänger, die haben, äh, nach dem Barfusslaufen Schmerzen, ja, das kommt ab und zu mal vor, wenn du Schmerzen hast beim Barfusslaufen, dann stimmt vielleicht sonst etwas nicht, also wenn das immer wieder, äh, kommt dieser Schmerz, dann lass das beim Arzt mal abklären, ähm, hast du vor dem Barfusslaufen Fussschmerzen, dann, äh, überlege dir, ob du vielleicht Barfusslaufen gar nicht das Richtige für dich isst, grundsätzlich ist Barfusslaufen extrem gesund, aber, ähm, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Für Barfussanfänger oder für Barfussanfänger, die sich nicht zurecht getrauen, da gibt es auch Hilfsmittel für die Füsse, das sind Barfussschuhe oder auch Minimalschuhe, je nachdem, wie man die nennen möchte. Solche Schuhe haben eine sehr dünne Sohle und die sind auch nicht gefedert. Das ist also, ja, so eine Kevlar-Sole oder so, die ist vielleicht zwei, drei, vier Millimeter dick und, ähm, da bekommt man alles mit vom Untergrund, also da merkt man auch jedes Steinchen, wenn man raufsteht. Also so kann man Barfusslaufen etwas simulieren. Wenn du also diese Schuhe verwendest, dann, äh, ja, ist das gar nicht so tragisch, ähm, kann auch Sinn machen, zum Beispiel, ähm, beim Arbeitgeber, ja, wenn du, ähm, das Barfusslaufen, generell in dein Leben einbinden möchtest und dann vielleicht am Arbeitsplatz, ähm, das nicht darfst, dann kannst du mit solchen Barfussschuhen, entgegenwirken. Oder, ähm, du kannst Barfussschuhe auch dann verwenden, äh, in denen du nicht Barfuss sein möchtest, aber dennoch mehr Fussfreiheit haben willst, zum Beispiel, äh, wenn du bestimmte Anlässe besuchst, eine Beerdigung oder sowas, ja, dann, äh, sind Barfussschuhe sicher noch nützlich. Beachte aber, dass geschlossene Barfussschuhe oftmals zu stärkerem Schwitzen an den Füssen führt, also, ja, das ist dann halt der Nachteil von den Barfussschuhen. Ja, das waren so mal ein paar grundlegende Informationen für Barfussanfänger. Kommen wir doch zum nächsten Thema, ähm, Barfuss unterwegs zu sein. Wo ist Barfusslaufen eigentlich erlaubt? In der Schweiz ist es grundsätzlich überall erlaubt, Barfuss zu laufen, also, wo du Lust hast, da musst du dir also keine Gedanken dazu machen. Es gibt natürlich aber auch Ausnahmen, zum Beispiel im beruflichen Bereich, aus Sicherheitsgründen, wenn du auf dem Bau schaffst oder so arbeitest, ja, dann hat man Sicherheitsschuhe an, es gibt auch Kleidervorschriften, ähm, zum Beispiel im ganzen Banker-Bereich, ja, wenn du da mit Anzug und Krawatte kommst und Barfuss bist, dann wirst du wohl keine gute Falle machen bei deinen Kollegen und das wird wahrscheinlich auch nicht toleriert. Ansonsten laufe Barfuss, wo du bist, wo du willst, du darfst, jederzeit. Barfuss-Lehrlinge, ja, das grosse Problem bei Barfuss-Lehrlingen, das ist die Angst. Die Angst, barfuss in der Öffentlichkeit zu gehen. Die Angst, aufzufallen oder sogar negative Reaktionen zu bekommen, die ist ganz normal. Diese Angst ist aber unbegründet. In 99,9% der Fälle wirst du nie, nie Reaktionen zu hören bekommen. Deine Barenfüsse werden oftmals nicht einmal registriert. Ja, die Leute sehen gar nicht, dass du Barfuss bist. Im Gegenteil, die Leute, die dich sehen, dass du Barfuss bist, die werden dich beneiden, die beneiden dich, weil du Barfuss läufst und vor allem, weil du den Mut hast, Barfuss zu laufen. Sie beneiden sich in ihren Gedanken, sie würden es nie sagen, ja, sie würden es nie zugeben, dass sie dich beneiden, aber die meisten Menschen, die werden dich beneiden. Das musst du immer denken. Sie würden es am liebsten auch gerne tun, aber sie haben genau das, Angst. Sie haben derart Angst aufzufallen, dass sie es dennoch nicht probieren. Also du hast, wenn du Barfuss bist, schon einen wichtigen, grossen Schritt gemacht. Du hast deine Ängste vielleicht schon besiegt oder du hast den Kampf gegen die Angst angenommen und ich garantiere dir, du wirst ihn gewinnen. Dein Barfuss laufen macht derart viel Spass, dass die Angst irgendwann kein Thema mehr sein wird. Du hast den Genuss und den Spass und nur das zählt. Was andere denken, ja, das kann dir scheiss egal sein. Naja, scheiss egal darf ich ja vielleicht nicht sagen, ich habe auch Hundescheisse gesagt. Darf man scheisse sagen? Ich weiss es nicht. Ich sage es einfach, ich rede so, ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja, die Ängste. Meistens haben Barfussanfänger Angst, dass sie jemanden antreffen, den sie kennen. Ja, die daraus leitende Angst, dass diese Person dann dein Barfuss laufen herum erzählt, sodass es am Ende die ganze Welt weiss, die ist unbegründet. die Leute, die vergessen solche Dinge sehr schnell wieder. Die denken gar nicht daran, oh, das muss ich jetzt jemandem weiter erzählen. Nö, sie nehmen es einfach mal zur Kenntnis, sie wundern sich vielleicht, aber sie vergessen es wieder. Und falls nicht, hast du dich auch bereits geoutet, ja, da hast du gezeigt, hey, ich laufe barfuss und ja, vielleicht bekommst du dann sogar eine positive Rückmeldung von diesen Menschen, die sagen dann, oh, ja, das machst du aber toll, das würde ich vielleicht nie machen, ja, ich hätte nicht den Mut dazu, aber ich finde es toll, dass du das tust. Also, Angst zu haben, auch jemanden zu treffen, den man kennt, ja, diese Bedenken, die sind unnötig. Denk immer daran, es ist, wie es ist, es kommt, wie es kommt, man kann es ja nicht ändern, also, tu es einfach. Gehe also, so oft wie möglich, barfuß und du wirst dann auch immer selbstsicherer werden. Barfußlaufen wird für dich zum Normalsten dieser Welt. Dein Auftreten ändert sich von, was werden wohl die anderen sagen, zu, hey, hier bin ich und ich fühle mich ausgezeichnet. Wenn man sich unsicher fühlt, fühlt man sich auch beobachtet. Wenn du dich sicher fühlst, dann sind die angeblichen Blicke, die auf dir lasten, von Geisterhand weg. Und ich schreibe es hier und jetzt, man erntet keine zusätzlichen Blicke, wenn man barfuß ist. Es ist wie immer, man ist unterwegs, mit oder ohne Schuhe. Also, vergiss das einfach. Du wirst einfach du sein, nichts anderes. Wenn du barfuß unterwegs bist, und du dich dann plötzlich doch unangenehm beobachtet fühlst, dann setz dich irgendwo hin. Setz dich auf eine Bank oder ein kleines Mäuschen oder so. Geniesse vielleicht die Sonne oder ruhe dich etwas aus. Atme ein paar Mal tief durch. Zaubere ein Lächeln auf dein Gesicht. Ja, das ist wichtig. Zaubere ein Lächeln auf dein Gesicht und es wird dir sofort wieder gut gehen. Ja, Lächeln hilft enorm. Ja, wenn du lächelst und du wieder zufrieden bist mit dir und deiner Welt, dann kannst du ohne Sorgen weitergehen. Alle ängstlichen Gedanken befinden sich nur in deinem Kopf. In deinem Kopf, nirgendwo anders. Die Gedanken haben nichts mit der Umgebung, in welcher du dich befindest, zu tun. Ängste redet man sich nur ein. Es ist alles nur psychisch bedingt. Psychisch bedingt. Ja. Erst wenn du in eine echte Gefahrensituation kommst, dann sind Ängste echt und auch wichtig. Aber sonst beim Barfußlaufen haben Ängste nichts zu suchen, denn es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Ja, aber wenn man nun doch aufs Barfußlaufen angesprochen wird, dann lächle und reagiere darauf, beantworte vielleicht die Frage. Meistens sind es banale Fragen, welche dir gestellt werden. Und es sind vielfach immer wieder dieselben Fragen, die dir gestellt werden. Antworte cool, freundlich und vor allem überzeugend. vielleicht kannst du dir auch ein paar Antworten parat legen, so auf die wichtigsten Fragen, die man dir stellen könnte. Dann kannst du auch spontan, kompetent und vor allem ohne Angst und mit Überzeugung Auskunft geben. Ich habe dir ein paar der wichtigsten Fragen oder Feststellungen zusammengestellt. Denke dir einfach ein paar gute Antworten auf diese Fragen aus, merke sie dir und dann wirst du einfach eine Antwort geben können. Die Antworten, ja, die sollen aber den Fragesteller nicht schlecht aussehen lassen, also Antworten nicht erzürnt, weil du darauf angesprochen wirst oder so, sondern Antworten freundlich, zuvorkommend, fröhlich. Es soll dem Gegenüber zeigen, dass du Spass daran hast, dass du kompetent bist, eine Auskunft zu geben und je nachdem, vielleicht regt sich ja dann bei deinem Gegenüber etwas in seinem Hirn oben, vielleicht denkt er, oh, das könnte ich ja auch mal probieren. Ja, Fragen, die dir gestellt werden können, lauten in etwa, sie haben ja keine Schuhe an oder, gut, das ist eine Feststellung, die Frage würde vielleicht lauten, haben sie keine Schuhe oder haben sie nicht kalt, haben sie keine Angst vor Scherben, warum laufen sie barfuß oder und das ist meistens das, was ich höre, das ist aber gesund, eine Feststellung, die anderen sagen mir, ja, das ist aber gesund, was du machst und ich denke mir, warum machst du es selber nicht, wenn es gesund ist, und ich sage dann aber meistens ja, genau, darum tue ich es ja auch, es ist wirklich gesund und ich sage immer noch und es macht extrem viel Spass. In der Stadt, wenn man unterwegs ist, wird man aber sehr selten angesprochen, vor allem wildfremde Personen, die getrauen sich gar nicht, dich anzusprechen, die getrauen sich generell nicht, jemanden anzusprechen, heute leben wir einer extremen Anonymität, da wird man eigentlich gar nicht angesprochen, in den Bergen beim Wandern, so unter den Gleichgesinnten, unter den Wandersleuten, ja, da wird man immer mal wieder angesprochen und dann kommt eben dieser Spruch, ja, das ist aber gesund, den höre ich sehr oft beim Wandern und manchmal entwickelt sich dann sogar ein kleines Gespräch, man spricht über das Barfußlaufen und ja, dann frage ich dann oftmals auch, ja, probieren sie es dann auch ab und zu mal Barfuß zu laufen und so und die meisten sagen das, ja, das würde ich nie können, das kann ich nicht, nee, also, da Barfuß überstocken, Stein, nee, das würde ich nie können, aber ich sage euch, ich sage euch, was der wahre Grund ist, dass er es nicht versucht, weil er Angst hat, das ist der wahre Grund, mit dem Barfuß laufen, ja, wenn man sich noch nicht so sehr outen möchte, ja, die meisten, die gehen ja nicht dann einfach aus der Haustür rauf und laufen quer durch die Stadt, die meisten, die versuchen es dann mal so etwas, ja, im Geheimen, ja, wo es nicht so viele Leute, viele Barfuß Anfänger starten dann vielleicht erst das Versuche im Wald, auf Waldwegen, ja, Böden sind angenehm, man trifft meistens keine anderen Personen und jeder kennt ein paar geeignete Waldwege oder auch so Wege durch die Natur, die angenehm zu gehen sind, kein Schotter oder so, wo es auch nicht viele Leute hat und da kann man dann kurz vor Sonnenuntergang etwas Barfuß gehen oder morgen früh, da ist auch immer ideal, da hat es auch immer sehr wenig Menschen, die unterwegs sind, ja, da kann man so ganz einfach die ersten Schritte unternehmen, auch Feldwege sind geeignet, allerdings können Feldwege auch gerne mal etwas geschottet sein, meistens hat es aber in der Mitte dieser Wege oder am Rand auch kleine Grasstreifen und dort kann man dann auch wunderbar barfuß laufen. Man kann auch sehr gut in einer fremden Umgebung Erfahrungen sammeln. Also statt dass du das zu Hause in deiner Stadt oder in deinem Dorf machst, da sitzt du mal in den Zug und fährst da mal 30, 40 Kilometer in eine fremde Stadt und dann gehst du einfach dort mal barfuß, sammelst Erfahrung und du lernst du lernst dann dass es ganz einfach ist barfuß zu laufen und dass da niemand was sagt und irgendwann da gehst du auch ganz einfach barfuß zu Hause aus dem Haus raus und ja läufst einfach barfuß Perfekt für den Barfuß Lehrling sind also auch Wanderungen man trifft dort vielleicht andere Wanderer aber wie ich bereits geschildert habe die sind immer freundlich und vor allem auch interessiert am Barfuß Laufen und man kennt sie meistens auch nicht also wenn ich da irgendwo wandern gehen in 50 Kilometer Entfernung dann kenne ich die Wanderer die mir begegnen meistens nicht und man kommt schnell ins Gespräch und das gibt dann auch eine gewisse Selbstsicherheit wenn man mit anderen über das reden kann die Themen Gesundheit und ich würde es auch gerne tun aber ich mag nicht oder eben meine Füsse die können das nicht das sind dann die Hauptgesprächsthemen oftmals oftmals erntet man grosse Bewunderung 70% der Menschen leben in den Städten ja bereits 70% und wie sieht es hinaus mit Barfuß Laufen und Städte ja kann man das dort gut machen gucken wir uns doch mal die paar Dinge an die es dazu zu sagen gibt die Hauptgefahren beim Barfuß Laufen in Städten oder die Hauptgefahr muss ich sagen das ist also schon wie ich bereits angekündigt habe die Sonneneinstrahlung im Sommer ja Gehwege können also teils extrem heiss werden Metall Untergründe wie zum Beispiel ein Gullideckel die eignen sich wenn die Sonne da rauf scheint perfekt zum Spiegeleier braten also wenn du dort rauf stehst dann wird es dann ziemlich brutzeln unter deinen Fusssohlen ja und da kann man sich dann also wirklich verbrennen also notfalls wenn es da wirklich sehr heiss ist dann macht man halt einen Umweg um ans Ziel zu gelangen Scherben sind in Schweizer Städten kaum vorhanden die Strassen sind sehr gut gereinigt und heutzutage haben die meisten Menschen auch Petflaschen mit dabei und wenn sie Bier trinken dann sind es meistens Aludosen ja deswegen sind also Glassplitter eine zu vernachlässigende Gefahr da selten noch Glasflaschen den Weg nach draussen finden ja aber sie finden halt immer noch den Weg nach draussen teilweise ja und wenn die Leute dann schon etwas besoffen sind oder so dann werfen sie die Glasflaschen einfach mal auf den Boden oder sie machen es sogar extra und dann ja dann hat sie halt eine Glasscherbensauerei und dann muss man dann halt einen kleinen Umweg machen um die Scherben herum und wenn es dann halt doch mal so ein paar Glassplitter hat Barfüster welche bereits eine gut aufgebaute Hornhaut haben werden manchmal nicht einmal etwas merken ja dass sich da ein kleiner Splitter in die Fusssohle bohrt und sollte sich dennoch einmal ein Splitter so rein bohren dann kann dieser in der Regel mit einer Pinzette wieder ausgezogen werden oftmals arbeiten sich solche Fremdkörper von alleine auch wieder aus der Haut raus Hundescheisse ja das ist eine grosse Gefahr ja Hundehalter ja eigentlich möchte ich da nicht viel dazu sagen ich mag persönlich nicht so gern Hunde deswegen mag ich auch keine Hunde halter und vor allem nicht Hunde halter welche ihre oder die Hundescheisse ihres Hundes einfach so auf der Strasse liegen lassen bei uns in der Schweiz gibt es ein System das Robidog System viele Hundehalter haben ein Säckchen dabei wenn ihr Hund dann da irgendwo hinkackt dann nehmen sie das Säckchen und machen dann die Hundekacke in das Säckchen rein also sie greifen da diese Wurst und nehmen sie auf und machen das Säckchen zu und das Säckchen dann das werfen sie in den Robidog Kübel aber es hat halt nicht nur vorbindliche Hundehalter es hat auch dumme Hundehalter und die lassen dann einfach alles liegen weil sie selbst sich grausen da diese Hundekacke zusammenzunehmen ja oder auch einfach aus Bequemlichkeit gibt es leider so ich bin persönlich noch nie in Hundescheisse reingetreten denn ich ist extrem unangenehm stelle ich mir mal vor aber meistens auch ungefährlich gefährlich wird es erst wenn man am Fuss verletzt ist eine offene Wunde hat und ja dann sollte dort keine Hundescheisse rankommen aber in Hundescheisse zu stehen kommt also barfuß deutlich deutlich weniger vor als wenn man Schuhe anhat ja das hat also damit zu tun weil wir barfuß läufer besser hinschauen wo wir hintreten mit Schuhen fühlt man sich geschützt und läuft einfach drauf los und dann steht man dann plötzlich in eine Hundekacke und auch Hundekacke am Schuh ist nicht besonders angenehm steht man also barfuß in so Hundescheisse rein dann meine Empfehlung such dir eine Wiese und lauf eine Zeit über diese Wiese und die Hundescheisse ist dann weg der Geruch der bleibt aber länger erhalten da hilft dann nur noch ganz gutes Füsse waschen und schruppen zu Hause mit Seife ja der Geruch das ist ein ganz grosses Problem in Städten bekommt man gerne dunkel gefärbte Fusssohlen das hat natürlich damit zu tun dass in Städten immer noch Autos herumfahren und die Benzin oder Diesel betrieben sind es gibt Feinstaub der Feinstaub lagert sich auf den Strassen ab und das ist dann Russ und so und Russ ist halt schwarz oder auch vom Heizen die Häuser gerade im Winter ja die heizen noch oftmals mit Öl und ja auch da gibt es dann halt Russ der sich auf den Strassen ablagert und beim Laufen ja dann geht der Russ halt dann da an die Fusssohlen aber es hat natürlich gebessert die Verbrennungsmotoren wurden immer besser es gibt da Filter auch Heizungen haben weniger Abgase und deswegen hat dieses Problem gegenüber früher etwas abgenommen man merkt es sehr gut wenn es lange nicht geregnet hat ja wenn also viel Feinstaub da auf den Gehwegen und Strassen rumliegt dann werden die Fusssohlen auch stärker dunkler in der Schweiz ist die Chance ganz schwarze Fusssohlen zu bekommen aber eher klein weil es bei uns immer wieder mal regnet und die Städte eher kleiner sind und die Luft ist dann auch besser als in ausländischen Grossstädten wenn du zum Beispiel in New York oder in Mailand barfuss läufst dann hast du garantiert garantiert schwarze Fusssohlen das ist dann normal viele Barfussläufer finden aber schwarze Fusssohlen noch irgendwie hübsch ja es sieht einfach cool aus finde ich auch muss ich also zugeben wegen den schwarzen Fusssohlen musst du aber keine Angst haben die Füsse werden ja abends gewaschen also sollten gewaschen werden der Feinstaub an der Sohle ist zudem grob also er kann da nicht in unser Immunsystem reingelangen der hängt er bleibt da an der Haut hängen er wird einfach auf die Haut gerieben läuft man zum Beispiel mit dunklen Fusssohlen ja so eingefärbten Fusssohlen wieder ausserhalb einer Stadt oder über eine feuchte Wiese oder so dann wird das Dunkle sehr schnell von alleine wieder abgerieben ja durch die Reibung man läuft ja barfuss und dann gibt's Reibung mit dem Boden und dann reibt sich das von alleine wieder ab oder eben zu Hause dann in die Badwanne stehen oder wo auch immer du eine Reinigungsmöglichkeit hast und dort kannst du dann etwas schrubben und das Ganze ist wieder weg schwarze Fusssohlen gehören also einfach zur Stadt wer in Städten oder grösseren Gemeinden unterwegs ist der geht vielleicht auch einmal in ein Museum oder sonst in eine öffentliche Einrichtung das barfüssige Betreten von Museen ist grundsätzlich problemlos möglich ich habe bereits viele Museen barfuss erkundet ich kann euch da ein paar Beispiele sagen zum Beispiel das Stadtmuseum Aarau das Aargauer Kunsthaus das Verkehrshaus Luzern das Alpine Museum Bern das Kunstmuseum Bern das Appenzeller Volkskundemuseum das Chateau Chillon am Genfersee das FIFA Museum in Zürich der Gletschergarten Luzern das Historische Museum in Baden das Kunstmuseum Winterthur das Landesmuseum in Zürich das Zentrum Paul Klee in Bern das Museum für Gestaltung in Zürich Schloss Wildeck Schloss Hallwiel oder auch den Zoo Zürich all das habe ich barfuss besucht und es gab nirgends ein Problem ausser beim Zentrum Paul Klee in Bern dort wurde ich bei meinem ersten Versuch nicht reingelassen ich bin dann ein paar Monate später nochmals hingegangen und dann hat es einfach geklappt also es kommt immer auch etwas darauf an wer da beim Museum gerade zuständig ist ob es da irgendwie einen Pförtner hat oder so und ja die nehmen sich dann manchmal etwas viel Macht raus wenn das also mal vorkommt und jemand sagt nee so können sie nicht reimen dann dann verlange mal diese Hausordnung sag ihnen ja sie sollen die Hausordnung zeigen wo steht das und wenn er das nicht kann dann verlange dem Vorgesetzten und wenn er wirklich dumm tut und der Vorgesetzte nicht rum ist ja dann gehst du halt wieder und kommst ein anderes Mal vielleicht ist der dann nicht mehr da oder du schreibst dann zu Hause einen Brief an diese Institution und erzählst von deinen Erfahrungen und dann wirst du in der Regel das nächste Mal keine Probleme haben wenn du dann dort hingehst weil es gibt kaum irgendeine öffentliche Einrichtung die sagt sie dürfen nicht barfuß zu uns kommen im öffentlichen Verkehr da gibt es überhaupt keine Probleme Bus Zug Tram Gondelbahn oder Schiff dort hatte ich noch nie wirklich noch nie ein Problem weil ich barfuß war denen ist es wichtig dass man ein gültiges Ticket hat alles andere ist eigentlich egal Spitäler ja dort habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt wie man aber von anderen Barfüssen hört gibt es auch im Spital meistens keine Probleme ich denke man muss aber sicher sein dass man keine Verletzungen an der Fusssohle hat es sind ja schon einige Leute wegen Spitalkeimen verstorben ich persönlich kenne da jemanden den es so erwischt hat und das ist nicht besonders angenehm aber ich weiss nicht ob man so mit einer Verletzung an der Fusssohle sich was auflesen kann also ich kann da nicht gut Auskunft geben Bibliotheken zum Beispiel da kenne ich nur zwei Bibliotheken die ich bisher betreten habe und in beiden Bibliotheken gab es wegen meiner Barfüßigkeit nie ein Problem nebst öffentlichen Einrichtungen besucht man ja auch gerne mal eine private Einrichtung zum Beispiel ein Kino also hier wo ich lebe und ins Kino gehe war barfüßiges Kino besuchen nie ein Problem Einkaufen in der Migros im Coop und auch im Denner welches hier bei uns hat hatte ich bisher keine Probleme auch beim heimischen Metzger Bäcker oder Brillengeschäft gab es keine Probleme denn die sagen sich jeder Kunde ist ein guter Kunde und sollte irgendwann dochmals einer ein Problem haben naja dann gibt es ja auch noch die Konkurrenz bei den Restaurants hatte ich auch noch nie Probleme bis auf eines das eine das war so ein Schickimicki ein etwas besseres Restaurant dort habe ich schlechte Erfahrungen gemacht die haben mich so nicht reingelassen ja ihr Argument war ich würde die anderen Gäste stören ja ansonsten war es bei Restaurants nie ein Problem auch die sind froh dass sie Gäste haben mit Restaurants Geld zu verdienen ist heute nicht mehr so einfach und dennoch jeder Kunde ist auch hier ein guter Kunde und ja ich mache ja dann auch Werbung für dieses Restaurant ich sage dann hey geht dorthin dort ist man gut und dort ist man willkommen da ich barfuss Auto fahre mache ich es auch so bei der tanke an die tanksäule fahren aussteigen tanken rein in den Job und bezahlen ähm ja ganz einfach im Fussballstadion da war ich bisher nur einmal barfuss an einem Fussballspiel in Zürich dort bin ich problemlos ins Stadio reingekommen Scherben hatte es keine da es keine Glasbehältnisse im Angebot zum kaufen hatte also auch dort alles kein Problem ja und dann noch das wandern da habe ich ja schon einen Podcast dazu gemacht wandern das ist etwas das man barfuss perfekt unternehmen kann je mehr man übt desto abgehärteter werden die Fusssohlen und dann kann man auch immer mehr Wanderwege barfuss bewältigen durch Übung baut man seine Möglichkeiten kontinuierlich aus wichtig beim Wandern habe Schuhe dabei man weiss nie wenn man an die Grenzen kommt und dann sollte man einfach Schuhe anziehen man muss sich nichts beweisen es tut nicht weh Schuhe anzuziehen und es ist viel besser so ich nehme meistens leichte Stoffschuhe mit meistens Espadrills mit denen komme ich dann sehr gut auch mal über nicht sehr einfach zu gehende Wander Strecken Echte Wanderschuhe habe ich nicht mehr die habe ich weggeworfen respektive verschenkt Picknick Plätze werden leider oftmals nicht so zurückgelassen wie man sie vorgefunden hat respektive wie man es gerne hätte dort muss man immer mal mit kleinen Scherben oder Aluminium Laschen von geöffneten Getränkedosen rechnen welche sich in den Fuss bohren oder an denen man sich schneiden könnte hier sollte man dann schon vorsichtig sein das Dornengestrüpp ja das ist halt so ein Ding auf schmalen Waldwegen kommt man immer mal wieder so an Brombeerankern oder sonstigem Dornengestrüpp vorbei die Stacheln dieser Pflanzen die dringen problemlos in die Fusssohle rein meistens merkt man das auch manchmal bemerkt man den Stachel auch erst wenn man wieder zu Hause ist oder Schuhe anzieht dann stört plötzlich irgendetwas solche Eindringler sind in der Regel harmlos wichtig ist einfach dass man diese Stacheln wieder aus der Sohle rausbringt dies kann unter Beihilfe von Pinzette und manchmal auch einer Nähnadel erledigt werden wenn der Stachel sehr klein ist und man ihn nicht so recht rausbringt ihn aber beim Gehen nicht als störend empfindet dann lasst ihn drin er wird sich von alleine irgendwann rausarbeiten sogenannte Zugsalben ja die können vielleicht den Vorgang unterstützen ich habe die aber noch nie genutzt bei den Alpwiesen da muss man vor allem auf Bienen und Wespen achten vor allem die Allergiker unter euch ja die sollten da vorsichtig sein solche Stiche sind für Menschen schmerzhaft meistens harmlos sie können aber wie bereits gesagt zu allergischen Reaktionen führen und das kann bis zum Tode führen aber ich möchte euch hier keine Angst machen wenn ihr noch nie Probleme hattet dann werdet ihr vermutlich auch keine Probleme bekommen Stoppelfelder gemähte grobe Grashalme oder die Halmen eben von Stoppelfeldern die können sehr unangenehm zum Barfuss laufen sein die Halme der Stoppelfelder sind sehr scharfkantig abgeschnitten und wenn man da barfuss rüberläuft dann gibt das dann gibt das wirklich grobe Verletzungen achtet auch auf Hinterlassenschaften der Bauern Stacheldraht Reste Nägel etc. sollte man meiden denn die sind oftmals rostig und wenn man dann so auf ein Stacheldraht tritt dann blutet die Stelle natürlich und dann muss sie desinfiziert werden besser natürlich auch noch du hast eine Tetanus Impfung ja das rate ich dir wenn du keine Tetanus Impfung hast und du in so einen rostigen Stacheldraht oder Nagel getreten bist dann suche einen Arzt auf und mache eine Tetanus Impfung eine Blutvergiftung mit der ist nicht zu spassen bei Nässe kann Barfuss Wandern gefährlich sein vor allem wenn man abwärts geht man rutscht sehr schnell aus vor allem wenn man Gras oder Lehm als Untergrund hat dann können übrigens auch Barfuss Schuhe welche eine dünne Sohle ohne Profil haben gefährlich werden also meine Schuhe die ich dabei habe die haben ein Profil wer wandern geht sollte in jedem Fall auch eine Erste Hilfe Apotheke oder Erste Ja das kannst du in Artikel zu diesem Blog nachlesen oder du kannst dir auch den Wanderblog dann anhören dort erkläre ich dir alles näher zum Thema Wandern Ich habe es vorher gerade gesagt Barfuss Autofahren Ja Barfuss Autofahren ist erlaubt ausser du fährst Lastwagen Bus etc also du bist Berufskraftfahrer dann darfst du nicht Barfuss Autofahren als Privater Führer eines Autos da ist es kein Problem da darfst du Barfuss Auto fahren bei einem Unfall ja da könnte es zu einem Mitverschulden kommen aber das muss zuerst vom Experten auch bewiesen werden und das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit also hab keine Angst fahrt Barfuss Auto ich fahre sehr gerne Barfuss Auto ich fahre nur Barfuss Auto und ja ich habe das Gefühl ich fahre Barfuss besser Auto schauen wir uns doch auch noch einen sportlichen Trend an Joggen Joggen das ist ja sehr beliebt und immer mehr Menschen beginnen auch mal Barfuss zu Joggen und das ist eine gute Sache beim Barfuss Joggen da hat man eine besonders gute natürliche Federung und eine sehr gute Schonung der Gelenke im Gegensatz zu den modernen Turnschuhen die sind ja eigentlich gar nicht so gut zum Joggen die Federung ist nicht natürlich und mit diesen gefederten Schuhen steht man auch sehr schlecht auf dem auf der Geraden ja der Körper der ist dann so schräg und der Rücken muss dann sehr komische Ausgleich Übungen machen und das kann dann zu Rücken Problemen führen also Barfuss Joggen immer mal wieder besser mehr als weniger tut es einfach es gibt wunderbare Wege zum Barfuss Joggen und auch auf dem Asphalt kann man sehr gut Barfuss Joggen es ist durch solche Tests bewiesen dass Barfuss Joggen den Körper weniger beansprucht als wenn man mit Schuhen oder Joggingschuhen joggt also Barfuss Joggen eine gute Sache wer noch nicht geübt ist zum Barfuss Joggen ja der kann bei den Anfängen dann auch stärkeren Muskelkater bekommen da die beanspruchte Fuss und Bein Muskulatur zu wenig ausgebildet ist also durch das Joggen mit Schuhen geraten gewisse Muskulaturen in Vergessenheit ja die werden nicht ausgebildet eben wegen dieser unnatürlichen Federung und wenn man dann Barfuss Joggt dann kommen dann diese Muskeln zum Zug und dann merkt man das auch anfangs also beim beginnen mit Barfuss Joggen das Training so einrichten dass man es nicht übertreibt vielleicht mal so 100 Meter jeweils Barfuss Joggen zwei Wochen später dann auf 200 Meter ausbauen und so weiter und nach ein paar Monaten werdet ihr soweit sein dass ihr auch längere Strecken problemlos Barfuss Joggen könnt Ja jetzt noch die Jahreszeiten Wann ist es am besten zum Barfuss Laufen Welche Jahreszeiten sind da besonders prädestiniert dafür Der Frühling Der Frühling ist perfekt um Barfuss zu Laufen Es ist nicht mehr kalt und es ist auch nicht heiss Die Untergründe in den Städten sind noch nicht aufgeheizt Der Regen lässt Waldwege zu herrlichen Sumpflandschaften verkommen Das Gras ist noch zart Die Brombeerstauden sind noch nicht ganz ausgebildet Die Stacheln sind eher weich Also im Frühling Barfuss Laufen ist eine perfekte Sache Der Sommer ist natürlich die Barfuss Jahreszeit Schlechthin Die Temperaturen sind meistens angenehm warm Die Leute kleiden sich generell sehr leicht und luftig Barfüssig fällt man dann auch viel weniger auf Aufpassen muss man wegen der teils aufgeheizten Untergründe in den Städten Da kann es zu Verbrennungen führen Also da vorsichtig sein Im Sommer lohnt es sich dann vielleicht eher am Morgen Barfuss Laufen zu gehen oder am Abend wenn es dann jeweils etwas abgekühlt hat Besonders schön sind die warmen Sommerregen Bei einem warmen Sommerregen Barfuss raus zu gehen und zu laufen das ist einfach nur himmlisch Der Herbst der bietet oftmals sehr schöne und warme Tage gerade in diesem Jahr 2018 scheint der Sommer irgendwie nicht aufhören zu wollen Wir haben jetzt also jetzt wenn ich diesen Block hier aufnehme Mitte Oktober und ich war heute draussen ich war unterwegs im Wald bei wunderbaren 23 Grad also es ist einfach perfekt Im Herbst kann es aber auch kühler werden das ist dann die perfekte Vorbereitung wenn man auch im Winter immer mal wieder barfuss rausgehen möchte da kann man sich schon etwas daran gewöhnen besonders schön ist der Spätherbst wenn die Bäume ihre Blätter abgeworfen haben wenn es vielleicht schon etwas Nebel hat und so schön mystisch da die Landschaft daherkommt dann ist es barfuss wirklich genial Achtung aber vor Buchecken und Kastanienschalen die können dann ganz schön stechen ja und der Winter im Winter läuft man nicht barfuss das ist falsch auch im Winter kann man sehr gut barfuss laufen besonders gut geht es wenn es trocken ist weder regnet noch schneit die Luft ja die kann auch 2-3 Grad unter 0 sein barfuss laufen geht dann immer noch perfekt wenn es dann sehr kalt ist minus 10 minus 20 Grad da muss man wirklich aufpassen dass es zu keinen erfrierungen kommt aber sonst den Winter hindurch wenn es trocken ist kann man problemlos rausgehen und barfuss laufen wenn es schneit dann kommt es immer etwas auf den Schnee an wenn der Schnee zum Beispiel in der Stadt durch andere Passanten bereits am Boden festgetreten wurde dann kann man dort recht lange unterwegs sein da nur die Fusssohlen mit dem Schnee in Konkak kommen und ja das merkt man dann nicht besonders gross und es ist auch nicht besonders kalt ist der Schnee aber sehr locker und pulvrig und stäubt dabei immer über die Zehen und den Oberfuss beim Gehen ja dann kann der Fuss sehr schnell auskühlen und dann könnte es das ist etwas absolut Genials auch nasser Schnee führt schnell zu Erfrierungen da der Schnee zwischen den Zehen hoch quillt der Fuss der bleibt dann immer nass Nässe und Kälte das harmoniert auf der Haut nicht sehr gut werden die Strassen und Wege wegen Schnee und Eis gesalzen und das ist hier in der Schweiz leider sehr oft der Fall dann ist ebenfalls Vorsicht geboten denn Salz verstärkt den Kälteeffekt deutlich Erfrierungen sind schnell möglich zudem ist das Salz nicht besonders gut für die Haut hier ist dann auch sehr gute Fusspflege extrem wichtig generell muss bei Schnee immer Vorsicht verlangt werden jeder Mensch hat mehr oder weniger winter harte Füsse hier ist die individuelle Empfindung entscheidend also achte auf dein Gefühl und auch hier du musst niemandem etwas beweisen wenn es zu kalt wird dann zieh einfach Schuhe an das ist besser wieder etwas durchzustieren das aller wichtigste im Winter ist aber dass man den Oberkörper sehr warm hält der Oberkörper ja das ist der wichtigste Teil unseres Körpers denn dort befinden sich alle Organe die wir brauchen und die sollten nicht kalt haben also immer eine sehr gute Jacke einen Pullover anziehen und dann könnt ihr so problemlos barfuß rausgehen friert der Oberkörper dann fehlt die ausgleichende Wärme welche die Füsse brauchen und dann wird man krank also in jedem Fall im Winter Erfrierungen konsequent vermeiden die sind schmerzhaft die Regeneration angefrorenen Hautpartien dauert sehr lange und im schlechtesten Fall können erfrorene Hautpartien oder Glies Massen nicht mehr gerettet werden hast du also kein Gefühl mehr in den Zehen dann musst du sofort handeln und die Zehen schützen ja wer mit Barfuß laufen beginnt der muss auch wie ich bereits schon zwei dreimal gesagt habe die Fusspflege beachten die menschliche Haut ist von Mensch zu Mensch verschieden und die meisten von euch wissen ja etwa was sie für eine Haut haben und was sie da tun können und was ihnen gut tut und das macht ihr dann halt auch für eure Füsse Fusspilz ja gibt es eigentlich nur wenn der Fuss lange in feuchtwarmen Klima verbringen muss zum Beispiel eben wenn er Schuhe anhat Fusspilz kann man aber auch in öffentlichen Nassbereichen auflesen wie zum Beispiel im Schwimmbad wichtig also haltet den Fuss immer trocken lauft also am besten barfuß dann werdet ihr keine Probleme haben wer eng anliegende Zehen hat der sollte dann zum Beispiel nach dem Duschen oder so oder nach dem Waschen der Füsse die Zwischenräume zwischen den Zehen immer gut abtrocknen Hornhaut an der Fusssohle ist unproblematisch ja fast gewünscht denn Hornhaut schützt unsere Füsse die Hornhaut an der Fusssohle arbeitet sich beim Barfussgehen durch die Reibung ab bildet sich aber immer wieder neu ein ausbalanciertes Geben und Nehmen problematisch ist Hornhaut an den Fersenrändern dort findet keine natürliche Reibung statt ja viele Leute haben Probleme zum Beispiel wenn sie Schuhe anziehen dann reibt es da auf den Fersenrändern so unangenehm und dann bildet sich auch nicht besonders schönes und angenehmes Hornhaut man muss mit Hornhaut feilen manuell nachhelfen das ist auch beim Barfussgehen natürlich wichtig das ist sehr wichtig sogar da sich sonst bei zu dicker Hornhaut auch schmerzhafte Risse bilden können solche Risse können nur mühsam und über eine lange Zeit hinweg zum Ausheilen bewegt werden also gar nicht erst dazu kommen lassen es ist also in jedem Fall besser solche Risse mit guter Fusspflege zu vermeiden je älter man wird desto wichtiger ist das ich hatte mal im Tessin eine längere Tour gemacht und bin da durch die Felder gelaufen 20 Kilometer war ich unterwegs auf Asphalt und ja da war ich ein Anfänger noch und da haben sich dann Blasen gebildet und wenn du Blasen an den Fuss sollen hast und du noch etwas laufen solltest ja dann hast du ein Problem das ist sehr sehr unangenehm ich bin dann noch mit Mühe mit Mühe und Not zum Bahnhof gekommen und konnte dann mit dem ÖV weiter also auch Barfuss Lehrlinge können daher zu Blasen neigen wenn sie sich zu viel zumuten hier eignen sich vielleicht Blasenpflaster noch gut hat es in der Blase viel Wundfeuchtigkeit dann sollte man die Blase aufstechen und die Flüssigkeit rausdrücken und abtupfen Nadel und Wunde sollte man aber immer desinfizieren die eingestochene Blase könnte man oder es wäre fast ideal mit einem Pflaster abkleben ja und kleine Schnittverletzungen wenn ihr solche habt an den Füssen dann könnt ihr die zur Not auch mit Sekundenkleber abdichten das geht recht gut ein Pflaster hält oftmals nicht so gut aber Sekundenkleber funktioniert tipptopp so Leute da draussen ich habe jetzt fast eine Stunde geplappert zum Thema Barfuß Checkliste Barfuß Anfänger ich hoffe ich konnte dir ein paar gute Tipps mitgeben auf den Weg mitgeben dass du problemlos Barfuß starten kannst ich hoffe du wirst es tun bleib dran gib nicht auf es kommt gut das kann ich dir jetzt schon garantieren mach es einfach lass dich nicht beirren von niemandem es ist dein Ding es ist dein Leben es ist deine Gesundheit tu es einfach zieh es durch ja wenn du noch Fragen hast als Barfuß Anfänger dann kannst du auf meiner Homepage barfussschweiz .ch Fragen stellen es hat ein Kontaktformular du kannst auch direkt unterhalb des Artikels einen Kommentar erfassen und es würde mich freuen wenn du mir eine nette Bewertung zu diesem Podcast geben würdest bei iTunes oder bei allen anderen Möglichkeiten wo ich den Podcast drauf habe ich danke dir recht herzlich ich wünsche dir eine gute Zeit wir sehen uns hoffentlich und hören uns hoffentlich später wieder alles Gute und let's go lass uns losgehen bis zum nächsten Cosmo bis zum nächsten � bis zum nächsten Bis zum nächsten Wochenende Untertitelung des ZDF, 2020